Nach vorne. Ja, Holger Hofermann hat sich verlinkt mit Zeit geführt. Mit 1.04. Im gelben Rückenkannend. In der Rückenkrankung. Die beste WMV. Kleidig war aus der Gruppe heute über 2.0 Liter. Gemischt mit den 2 Litern. Mit Bernhardsnacht zum Beispiel. Das ist 2.000. In der Rückenkrankung. Das ist der schnellste. Markus Küste für uns. In der Rückenkrankung. Mit dem Ding? Nein. In der Rückenkrankung. In der Rückenkrankung. Bei Glockon. In der Rückenkrankung. In der Lücke. Pfeiftkrankung. In der Rückenkrankung. In der Rückenkrankung. Der Rückenkrankung. Das ist eine gute Leistung, die er gezeigt hat. Erwin und Ronny oder Sebastian Schwitzen, der über zwei Läufe der Trillingsbessenzeit in die Hand hat, hat sich dann auch noch von wo, wenn man abgeben musste. Robert Wimmer, BMW 2002. Werner Käser im Fond ist Korn. David Werner, mein Kilo. Ein bisschen Wetter.